Musik 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 Oh ja! Musik Hier läuft das Stückchen jetzt! Von mir aus, glaubst du da hinstellte Kind? Wenn wir neues kommen zu Passau! Du schießt dein Kessel! Ja! Dann machen wir das von vorne nochmal! Könntest du von dir aus? Jetzt! Willst du jetzt eine McDonalds-Dopo kriegen oder was? Alex ist jetzt voll Aschern natürlich! Hatte damals auch nur Holzspielzeug! Oh mein Gott! Nein, hatte ich nicht! Und los! Musik 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 Komm rüber! Ich hab dir gesagt, das ist meine Wohnung! Ja, ja, ey, ey! Ganz ruhig! Ich verlass deine Wohnung! Ja echt, hier ohne Scheiß! Das ist meine Hose! Ja! Ja, kann jemand sowas besorgen? Ich nicht! Ich auch nicht! Kann man so ein Ding geklappen? Ich hab dir das Gefühl, dass du nicht alles in den Kopf bist. Ja! Ich hab dir noch mal! Ich hab dir so dörfiger, dass du nicht alles in den Kopf bist! Das ist gut! Aber wenn du gar nicht machen willst, dann mach mal einfach! Ich hab dir gerne, wir machen das einfach mal! Irgendwas zählt mit Robin nicht! Alle leise und Tür zu. Bin noch die ganze Zeit dabei. Hallo, wir sind die Kartina-Band. Spielen selbst noch mal. Das Ding ist vernünftig massiv und genauso wie ich es haben möchte, genau aus meiner Kamera. Was ist das denn? Ja, das ist dieses. Dann wäre er halt so, ich brauche ein paar. Ich brauche ein paar. Kannst du auch machen. Aus Alu 10 Minuten. Und los geht's, Tommies. Ich glaube, das war ziemlich cool. Ich brauche. One take one now, oder was? Kühlt aus, ey! Was gibt's dazu? Ich bin in der Ferne, wie du ich fern lasst. Jetzt sind wir beim Feldweg. Nachdem der Feldweg abgehandelt wurde, dann kommt das Gebäude, wo ihr am Ende hinbeut. Das seht ihr dann quasi im Feld des Fernlands. Aber ich muss einfach nur eine Aufnahme machen, wo jemand halt so, ich gucke jetzt irgendwo gegen die Wand. Aber nur, wo der hinguckt. Wenn wir das nämlich schon haben, dann können wir vorne zum Zaun gehen, wo die Zaunbistern sind. So schnell geht das. Warte noch langsamer. Okay, gut. Hey, 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 nicht schießen! Und los! Ich habe jetzt die Zeit bekommen, wo ich mein Handy am besten wegpacken wollte. Ich habe die Zeit bekommen, wo ich mein Handy am besten wegpacken wollte. Und riecht lecker, oder? Absolut! Ich finde, das riecht wie das Innere von Ravioli-Dose. Was? Ja, diese Soße! Ich bin bereit. Und los! Ich hab's auf! Ich hab's auf! Ich hab's auf! Ich hab's auf! Ja! Wir lecken, wir lecken. Hallo, was ist denn los? Hallo, ich bin der Linebacker. Hallo, das ist der Robin. Robin, das ist der Robin. Was ist der? Hier ist noch einer. Hä? Der Robin. Hier ist noch ein Robin. Das bin ich. Robin, Robin, Robin. Und noch ein Robin. Wir sind hier richtig. Einen Text bitte. Wir sind hier richtig. Eine Friese-Phrase. Ich muss noch was kicken hier, ey. Der Cover ist kaputt. Der geht nicht mehr auf, ey, so eine Scheiße. Hallo. Ich würde das so machen, dass Robin mich jetzt unterstützt, weil mehr kommt. Und den Zombie, den der Freund am Baum angeschossen hat, der kommt jetzt so langsam angehumpelt. Und dann sagt er irgendwie so, Vorsicht, was weiß ich. Und dann macht er hier sein Messermut. Weil er gerade in dem Moment verschossen hat. Genau. Hier ist irgendwo ein Loch. Hier ist irgendwo der Eingang. Wir finden schon... Wir finden schon einen Weg. Ach, bitte. Sorry. Wir wohnen jetzt hier. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind richtig, Junge. Ja, sorry. Wir müssen doch vorne lang. Gut. Das muss gut werden. Nee, irgendwie nicht. Und los. Einfach rein und fang das. Zu doof zum Nachladen. Ich hab immer noch keinen Schuss hergelegt. Das wird heute nichts werfen. Okay. Wir können ja bei Robin eine Nachlade-Szene machen. Das geht ja wahrscheinlich besser. Ja, ich glaube, wir können... Ich rette euch. Ich rette euch. Ey, diese Nah-Dingsten-Aufnahmen musst du einfach nicht machen. Man muss halt irgendwann diese Bewegung machen. Ja, ich mach die Bewegung. Dann filme ich dich gerade nicht in dem Moment. Vielleicht hört man dich gerade nachladen. Kling, kling, kling. Also erstmal müsst ihr jetzt hier ankommen. Okay. Ich dachte, man kann das nicht. Aber wir schließen jetzt hier erstmal ankommen. Und so... Du weißt, wer du bist, ne? Was ist er denn hier? Ich kann ihn nicht verstehen. Was hast du gesagt? Hier ist meine Arbeitslosennummer. Du bist so ein Grammatist. Das sind die... Ich will ja nicht so nachsteppen, ne? Aber, ey. Jetzt fühl ich mich nicht so offended, ja? Mein Lovely Lovely Mr. Singing Club. Ja, ey. Schwule Kinder von schwulen Eltern können so sagen, Hiepa, Hiepa und sagen, Hiebings, der Schuder. Falsche Sonnenkrebe, Andri. Falsche Sonnenkrebe, ja. Einfach rein und fallen, also. Zu doof zum Nachladen. Das ist irgendwie... Gut. Kann ich kurz ruhig sein im Hintergrund? Ihr müsst auch sagen, wann ihr filmt. Ja, tut mir leid. Sonst ist es ihm nicht. Das ist so ein Abzug. Ja. Und go. Das war gut. Richtig gut, ey. Richtig gut, ey. Normal. Jetzt müssen wir den Schwenker nicht machen. Gut, dass wir gerade so hoch kann. Kommt ihr eigentlich her? Ja. Wir dienen nicht. Wir dienen euch. Ich seh das schon. Puh.